ja moin heute pubg players unknown background wie gibt es hier einen neuen modus genau kurz 1 zurück möchte ich das so zeigen bitte noch mal zurück gibt es heute einen event mode und der ist für mich das erste mal nicht da wo ich da reingehe heute ein bisschen husten ist eine rauere stimme ich hoffe es okay wie das events erst mal da geht es darum zehn gegen zehn drei teams also 30 leute 10 10 10 gibt nur den karabiner vierfach sie für ein rohr handfeuer von splittergranate wenn man stirbt gibt es punkte für gegner man respawn alle 40 sekunden und das team das am ende die meisten punkte macht gewinnt so viel zum text wie geht einfach mal gleich direkt rein start ich hoffe es lässt gleich danach ist das person ist okay ist das person damit sind wir das gewohnt ja wir gehen mal rein ich denke mal wir werden gleich mit anderen leuten zu tun haben wir werden aber wahrscheinlich nicht ewig rumquatschen wenn die mehr quatschen lassen das für uns ja komplett neu ist das ganze spielprinzip um das einfach mal anzusehen so wir sind jetzt wahrscheinlich unsere leute 1 2 soll jetzt einschalten moment ton team ich müsste sie eigentlich hören können ich sag einfach mal moin ok da kommt nichts wer weiß vielleicht hört man es auch erst im spiel spawnzeit 13 sekunden und dann geht es ab die luci das ist natürlich erst mal merken wie unsere spiele aussehen also jeder der eine zahl über den koffer hat ist wahrscheinlich unserer sehr laut ordner regen map der regen ist super laut in meinem ohren ok gibt es eine zone wir gehen direkt hier unten rein ok ist in ordnung gehen wir da ins seegebiet wo wir gleich mit anzug hier man sieht sich ja gar nicht immer wo sind wir da sind die richtung wäre eigentlich besser da genau wo wollten die denn mitten hier rein macht ja gar keinen sinn oder na gut dann machen wir das die zone macht echt nicht so den sinn hier bin ich ja noch nie gelandet was mich wundert dass die nicht reden so ach so stimmt wir haben ja eh nur nicht so viel zu looten war ok verstehe was haben wir an ausrüstung an 1er helm schöne taten rüstung ok jetzt geht es darum die leute zu holen wir haben vierfachs grob drauf oder regen ist so laut sprich nicht so gerne unsere leute sterben da oben schon sehe ich oder was oh das war dann hilts oder das war ein fußschuss gibt es ja ja nicht erst zu tief dann zu hoch wo wir es angehalten haben jetzt haben wir damit haben wir die ersten drei punkte geholt ich glaube das ist ganz lustig gemacht hier ich hoffe meine munition ist nicht irgendwann alle ist es einer munition könnte ein problem werden beziehungsweise zu looten ach so die kommen irgendwann auch von hinten war wenn wir unserem team hinterher rennen nicht dass wir jetzt so weit rausstoßen wir haben ansonsten noch eine pistole oh nein das sind keine pistole oder das ist ein revolver ne und eine granate nochmal dranbleiben bei denen die müssen da rüber oh ich habe nicht getroffen für mich sah das drauf aus als ob ich drauf war wer ist das jetzt auch einer von uns war gut okay gibt es hier einen punktestand oder sowas äh nicht abrufbar respawn kommt wir gehen natürlich gleich wieder rein da logischerweise ich glaube der modus ist geil nur der regen ist behindert also von links ach ne von links runde ich die Schlüsse an und so aus wir sagen wir schließen links an der Fallschirm wird mal auf krass was war wie spät ging der Fallschirm auf habt ihr das gesehen einfach mal kurz über den Boden wir gehen da helfen ach du heilige Kacke hier sterben alle ey schießt der eigene auf mich oder was ach da oben wo kommt denn der da hin schön vorsichtig der Kater ist mal klar wo meine Leute sind und wo sie nicht sind und so und so und so komm in die Anate geflogen oh echt schwer zu sehen komm schon hä oh das war richtig dumm von mir muss sein sehe nicht da da war er ich glaube den holt er sich immer schön mit der Ruhe keine Punkte schenken ich glaube der hat gesessen ja oder ne doch nicht das war mein Kill war er nicht achso die kommen mit dem falschen hier runter oder was ich hasse diese Kackwaffe Handfeuerwaffe nennt sich das eigentlich ja boah da können wir ein bisschen mit üben wa wir haben einen geholt so passen dass wir nicht auf einen drauf fliegen hier da war doch gerade noch einer unten oder boah der Schuss kam von da ich kam nicht mehr weg aber es ist halt ärgerlich dass die einfach so von oben runter sparen können wie viel steht es denn hier 63 haben wir und der Gegner ist eine gute Frage drücke R um den beobachten Spieler zu melden die wollen wir doch gar nicht können wir die durchdrücken der Page Down oder Page Up Page Down ist egal runter da ich bin gespannt ob es da gibt jetzt haben wir jetzt 72 Punkte wie ich das richtig sehe man fliegt mit Absicht so weit runter rechts rennt einer oh hat man geschossen oder da immer schön aufpassen hier macht er noch einen Move oder macht er keinen jo Top Schuss nice der Schuss war echt gut aber nur weil er stehen geblieben ist Concentration kommt er noch mal vor na ist er tot oder nicht kann ich die ganze Zeit rumstehen kann ich ihn geben nice Schuss oder läuft man läuft bei uns Concentration gleich die nächste weiter was hat er denn da in der Auto ich hasse das komm schon kann ich nicht die eigenen das sind zwei Teams oh ich kann nicht ich konnte nicht schießen um den Baum ich habe es ja Fanatik gefunden hä muss er hin aber ins Haus rein okay ich glaube der war tot wie sie hier drin campen in den Häusern als ob das Sinn machen würde next komm ich weiß also keiner landet das gibt es doch gar nicht okay oh ich habe nichts mehr gesehen hier ey ich erbrechen wann scheiß Schmerzmittel ey braucht halt fünf Jahre und wie ja da liegt der kleine Bockmann braucht halt fünf Jahre bis er mal den Schmerzmittel eingenommen hat das mitten im Gefecht also mir wäre das nicht so passiert auf diese Art und Weise aber ich denke das sieht ganz gut aus vom Gefühl her dass wir da vielleicht vorne dabei sind 132 Punkte braucht nicht mehr viel okay direkt wieder rein da wo stehen wir eigentlich da unten Nummer 7 schön GG ho ho oh wie scherp das ist eigentlich kein falschen was er da macht Richtung ein bisschen Richtung Team ich glaube es war einer von uns der den geküllt hat sind ja hier drei Teams winner winner chicken dinner vier Kills macht 47 von 150 Punkten soll ich das jetzt so bin mir nicht sicher aber es war okay ich denke es war eine lustige Runde kurzen Eindruck davon die werden wir auf jeden Fall nochmal spielen vielleicht mal ohne Regen